Hallo Micha, das ist mein zweiter Eintrag. Ich fahre heute an der Pinsch unterwegs, einfach für den Spaziergang. Und sehe ich da. So, ich versuche da mal ranzukommen. Nehme wieder mein Maßband. Und setze das Tür an. Ich fahre jetzt rüber, da ich nur eine Füße hier in der Hand habe. So lang. So ist es also echt schwer. 38 cm so lang. Und 25 cm so lang. So lang. Vielen Dank.